herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde horizon zero dawn folge 50 oder so ich hab mal inventar wissen aufgeräumt ich habe mir ein haufen zeugs gekauft aber nix wichtiges und jetzt machen wir ich habe mir überlegt ich mache jetzt mal die jäger quests alle einmal egal ob ich sie schaffe also ich will sie zumindest auf bronze schaffen den rest mal erst mal nett wenn ich später vielleicht wirklich die 100 prozent machen sollte dann ja so jetzt gucken wir erstmal was wir machen sollen was ist das hier was machst du da ich habe gelauscht der herde willst du eine tarnprüfung machen ich muss dich entscheiden ich bin der hüter des jagdgrunds und ernannt worden von der jägerloge und was hat dich hierher geführt ich war einst wie viele mitglieder der loge ich jagte nur des ansehens wegen doch meine ungeduld stand mir immer im weg das wusste ich erst als ich herkam hier muss man zuhören und atmen und schließlich die kunst der tarnung beherrschen es sind tests die dich verbessern sollen in jedem jagdgebiet gibt es andere prüfungen um dein können zu testen ich biete die tarn prüfungen an manche glauben angriffe mit starken waffen machen sie zum jäger doch dabei wird man schnell niedergetrampelt wahre jäger wählen die methode die am besten zur beute passt die tarnung zu beherrschen kann dir das leben retten was ist die jägerloge sie steht in meridian erkennen wir ja schon ne ich bin nur ein küken ich ziehe die musik der wildnis dem schrillen gezwitscher dafür bevor du hast schon die abzeichen für den beitritt zur loge lärm macht dir weniger aus als mir hoffentlich dann starten wir mal die prüfung welcher willst du versuchen ich werde sie dir erklären aufmerksamkeitsprüfung die wächter der herde greifen schnell an erledige sie aus der tarnung heraus zeig was du kannst prüfung annehmen jawohl deine prüfung beginnt wenn du eins der seile runter rutschen okay was müssen wir machen wir müssen spüre wächter auf und erledigt sie aus lautlos und was ist jetzt hier das ziel einen fünf in zwei minuten ok was haben wir denn für eine waffe wir haben ganz normal unsere waffe wo sind wächter da vorne sind wächter ist ja geil wo lerne ich immer in dich überbrückt ich glaube ich sollte noch eine blutstätte auf das ist kein wächter da ist wohl jemand aufgewacht oh shit das war es wohl ne das war es wohl dann wartet das kann man aber glaube ich überenden ähm jagdgebiete quest deaktivieren oder quest deaktivieren okay naja ist ja gut ist ja gut okay die frage ist nur wie komme ich hier hoch ja lasst mich in ruhe ich bin nur hier hoch wo bin ich denn das letzte mal ich bin von hier gekommen hier ist der weg okay okay das heißt ich muss einfach nur das ist ja recht simpel wahrscheinlich dann sogar ne ich muss einfach nur ähm also erst den wächter bekommen das ist alles sieht man das von hier oben schon da unten ist direkt ein wächter das heißt ich gehe hier vor und gehe dann zurück oder ist das jetzt der der wegläuft das weiß man natürlich jetzt nicht so ich gehe jetzt mal hier runter das dürfte ja machbar sein auch in den zwei minuten das ist schon schlau gemacht hier ist halt kein gras irgendwo da ist so ein arsch mehrere ärsche okay oh mein gott da ist auch nur einer die frage ob man da besser rankommt sieht besser aus ich glaube ich gehe mal da hin frag ich es nur wo ist hier hohes gras nirgends ne oh da kommt er lautlos erledigen okay komm schon eins von vier okay okay das wird hart in zwei minuten aber ich will es ja auch nicht in zwei minuten schaffen ich will es ja einfach nur schaffen dass wenn der hier runter geht boah läuft der weit nein 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 du siehst mich nicht boah läuft der weit sieht der mich auch der sieht mich auch scheiße okay der geht aber weg jetzt hilft er mich nicht mehr sehen ne boah was das für viecher sind hier ne panzerwanderer alter okay ich muss den da hinten abpassen sonst habe ich keine chance oh 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 nein 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 ihr seht mich nicht ist eigentlich ein gebiet angezeigt oh ja riesiges gebiet kommt er echt hier hoch alter echt jetzt leck mich das ist mir egal hier ist hohes gras den brauche ich aber der muss erst mal weg gehen sonst wird's nix verschwinde doch mal genau wie fies ne dass sie da so ewig bleiben so das war der zweite reicht noch gut da ist der dritte nein das war ein falscher move da ist der dritte und ist das schon der vierte aber da oder oh mein gott soll ich denn an die rankommen in zwei minuten soll ich die alle vier töten alles klar meine fresse leute ja lauf in die richtung das ist gut alles alles gut alles gut oh oh gras 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 shit ja 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 drei haben wir jetzt muss ich erst mal abhauen erst mal abhauen verstecken sondern der vierte lief ja auch da oben irgendwo rum das der den wir schon markiert haben hier keine ahnung aber da läuft auch einer ja ja yes hier sind aber ein haufen viecher ne hat da ist noch einer jetzt nicht sterben die loi lass mich schön hier raus komm schon ich will jetzt auch gar nicht looten ich will einfach nur die quests abgeben die kleinen sonnen holen und dann ist doch gut jetzt hier eigentlich irgendwo hoch ganz ruhig ja ganz ruhig ist schön so erste prüfung bestanden ... ... ... ... Dankeschön. Kistengeschickprüfung. ...hüten ihre Ladung mit dem Leben. Bei dieser Prüfung musst du in kurzer Zeit vier ihrer Behälter plündern. Rutsch ein Seil hin. Möge die Prüfung beginnen. Vier Panzerwanderer. Okay. Erst Prüfung beginnen. Okay. Das ist kein Panzerwanderer. Das auch nicht. Was sind's da? Pfff. Fuck. Okay. Kann ich das echt nur machen, wenn ich jetzt... Kann ich das echt nur machen, wenn ich die überbrüten kann? Nee, ne? So. Okay, ich lasse das mit den Jägerquests. Das können wir zum Schluss machen. Ganz ehrlich, ich überlege mir das, ob ich das überhaupt mache. Das ist mir irgendwie... Irgendwie ist mir das zu lame. Mir macht das nicht so viel Spaß. So, ich geh jetzt mal hier weg erstmal. Ich hab's hier jetzt alle vier. Ich glaub, vier Stück Sitz. Ich hab's hier alle vier. Ja, ich hab das Questgebiet verlassen. Ist schon in Ordnung. So. Dann gucken wir mal, was wir das nächste Mal machen. Ah, guck mal. Ich weiß was. Wir gehen hier das Blümchen noch farmen. Oh, das können wir eigentlich jetzt noch machen, oder? Was machen wir jetzt noch? Das machen wir noch in dieser Folge. Ups. Ups. Die muss ich dann aber erst markieren. So. Dann gehen wir mal ein Blümchen fahren, ne? Äh. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier den normalen Schuss wieder nehmen. Damit ich, äh, ein bisschen was von der guten Muni spare. Oh, oh. Oh. Oh, shit. Der hat mich gesehen, ne? Jetzt ist er genau da oben drauf. Ich hol dich, Junge. Hau dir doch. Echt niemals. Wo ist der nächste? Nee, ich geh dir nicht besser aus dem Weg. Ich mach die platt. Ich hasse diese Viecher. Tschuldi. Im Nahkampf. Fuck, Arsch. Im Wasser. Arsch. Ja, ich kann ja nicht kämpfen. Scheiße. Okay, Wasser ist ganz schlecht. Das weiß der auch, ne? Komm, Junge. Komm, Junge. Komm her. Ja. Ja. Tschüss. Einer war nur dritter, ne? Das sind so Ärsche, ne? Ich hasse die. Der dritte wird auch noch kommen. Der dritte wird auch noch kommen. Alles mit dem Schwimmen ist ein bisschen kacke gemacht. Muss man ehrlich sagen. Okay, der dritte wird nicht mehr kommen, weil wir jetzt weiter weg sind. War das eigentlich hier irgendwo? Guck mal, das müssen wir auch noch holen. Es gibt bestimmt ein Achievement. Sammle alle oder aktiviere alle Lagerfeuer. Für später. Für später. Sägezähne. Okay, aber da oben. Boah, da sind sie. Ich will eigentlich erst mal diese Blume finden. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Das ist mir scheißegal. Ich mag Melee ja, ne? Ich mag das echt mittlerweile, Melee gehen. Bin ich noch in dieser Region der Blume? Ja. Okay, die muss hier irgendwo sein. Ich habe immer so einen lilanen Schimmer, aber ich glaube, die wird mir mal im Fokus nicht entdeckt, ne? Stimmt da oben. Er läuft halt hier ziemlich knapp, der Sägezahn, der Gute. Hey, hier wahrscheinlich nichts weiter. Ach, da schließt du, da ist er doch. Alles gut. Bist du gefunden. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. So, das haben wir auch. Dann ist das nächste Ziel hier, das Lagerfeuer aktivieren. Oh, ich habe verfehlt. Danke. Nächste Ziel ist erst mal das Ding zu machen. Das Lagerfeuer. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.